Musik Juhu, Tag ihr Menschen, na alles fluffig? Ja, ne, ich war am 30.1. war schon ein Konzert, äh, in 9 Kerl, ne, und zwar war ich gucken, Brutus und hier Quentin Zowie, ne, habt ihr ja hier am Anfang habt ihr das gesehen, dann hab ich mal auch CDs gekauft und zwar von Quentin Zowie, da hab ich mal zuerst überlegt, soll ich mal ein Tape holen oder Platte, ne, Platte war mal, ne, wollte ich nicht, aber ich hab dann letztendlich die CD geholt, sehr sympathischer junger Mann, der mit einer Gitarre auf der Bühne gestanden hat, mit so Looping-Effekten, ne, wo man irgendwas spielt und hat wiederholt sich dann und so, war sehr, war cool, hat mir gut gefallen, so ein bisschen melancholisch und so, da Quentin hier, der war, der war schon schön, auch sehr freundlich und so, hat sich sehr bedankt, dass ich CD gekauft hab und, ja, ne, sympathisch halt. Dann, äh, hier, Brutus CD hab ich mir dann auch geholt, die Unison Live, da will ich noch einmal hier Music is the Lord dem Leon danken, der, äh, die im Ranking gehabt hat von 2022, da hab ich dann wieder nochmal reingehört und verinnerlicht und, ja, die ist sehr, sehr cool, diese CD, dieses Album nach Unison Live, sehr cool, geil gefällt mir, äh, ne, und da sehen wir auch gleich auch hier Live-Ausschnitte. Drei Leutchen, die geile Musik machen, ne, Sängerin am Schlagzeug, geil, klingt wie so eine angepisste Björk, die Gude, sehr, sehr schön, geile Band, also, das Album gefällt mir sehr gut, war live auch sehr cool. Hier hab ich mal einen Film gekauft, der war irgendwann auf irgendeinem YouTube-Kanal, war irgendwie, äh, ne, so ein Special über Filme, die man, äh, gruseligerweise mal gesehen haben sollte und da war der hier dabei und, ja, den hab ich mir dann angeguckt, ne, bestellt, den gab's auch nur als Import, hier sieht man ja, ist kein, äh, ne, Ding, was man in Deutschland so regulär bekommt und Ja, war okay, der Film. Ähm, schöne Atmosphäre und so. Hier habt ihr gerade Monuments gesehen, ne, die war ich nämlich am 13.02. gucken mit meiner Ex-Freundin oder vielleicht wieder Freundin, ich weiß es nicht. Ähm, Monuments waren cool, ne, ähm, und zwar Headliner waren Leprous, alles so Bands, die mir eigentlich gar nicht so gefallen, aber das mal live zu sehen, war cool, war schön. Ähm, hier hab ich bei, ähm, ne, Darkness Shell Rise bestellt, mal ausnahmsweise wieder, ich hab mal wieder so ein Fremel, hier seht ihr so die Boxen und so, was sie so haben, Third of the Mortal, ich glaub, die, die eine hab ich auch noch, das ist mal Orphanie, mit denen hab ich mich noch nie so beschäftigt. Hier ist, äh, Fest und so, ne, festliche, Festlichkeiten, da wieder so La, Triumph of Death, da hab ich doch mal gesungen, ha, 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 aber, ne, ist ein anderes Triumph of Death, das Originale, glaub ich, mit dem Tom G. Warrior. Ja, Aufkleber, ja, ich liebe Aufkleber. So, Aura Noir, ne, auch noch nie mit beschäftigt. Ähm, Mayhem, das Zeug da, hab ich auch mal, ne, weiß nicht, was ich da noch brauch, ne Bondic Art hatte ich mal, diese LP-Box, diese Picture-LP-Box, die hab ich auch verkauft, wenn mir das irgendwie nicht abgegangen ist, ich mag so den 90s Keyboard-Mittel eigentlich gar nicht so sehr. River & Bizarre auch noch nie richtig damit beschäftigt. Catatonia, ja, klar, die Ashes bei Album gefallen, aber gut, Destruction, ja, die Cricket Brain gefällt mir aber sonst. Oh, Venom-Teil, da hätt ich auch schon gern, ne, beziehungsweise mal Black Metal auf Kassette, das wär echt cool. Man, das hab ich mich auch noch nie damit beschäftigt. Äh, Mysticum mal kurz mit so einem Industrial-Ding, ne, aber, ja, ne, Venom gefällt mir nicht. Ah, alles so Sachen, ja, da müsste ich mir irgendwie mal reinhören, ne. Aber, ja, ich hab mal wieder Kassetten bestellt, ich hatte irgendwie ein Freeman, ah, komm, bestell ich mal wieder Kassetten, weil, ausschlaggebender Punkt war an Mayhem, ne. Ja, das ist alles ganz schier. Dann hab ich gesehen, boah, da gibt's ja so viele coole Kassetten. Und zwar hier, ähm, ne, Toulos, ja. Toulos sind natürlich einer meiner liebsten Black Metal-Bands überhaupt, so gesehen irgendwie. Die machen das so schön trocken und so richtig coole Songs und, ah, ich mag den Sound und was die da so machen. Vor allem das Bassspiel geht mir saugut ab. Ja, ich, ich hab ungern eigentlich da bestellt, also, die Kassetten, weil ich kannte das Label nicht. Aber ich muss sagen, die Kassetten sind richtig, richtig gut. Also von der Qualität, von der Soundqualität und so. Ja, ne, und da musste ich, ich musste alle haben, die da, äh, die sind die Evil 99, nein, 1999, heißt das so, ja. Ähm, auch sehr cooles Album, gefällt mir auch sehr gut. Orange Kassette, juhu. Ja, coole Songs halt, ne, also, was soll man da sagen. Da geht mir fast jedes Album richtig gut ab. Es gibt schon ein paar Ausschnamen. Und das sind dann meistens die, die man nicht so bekommt, ne. Die Olmo Plomple Flupper, die ich da auf LP hab, die Doppel 45er RPM Dingensponster, die, die zum Beispiel, ja, die könnte ein bisschen besser sein. Äh, ja, mhm, 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 so, weg damit. Dann hätten wir jetzt hier, das ist zum Beispiel eine, die hab ich noch nie vorher gehört. Und, ja, die ist, die ist schon cool irgendwo. Aber, gehört jetzt nicht zu meinen Faves von Toulouse, ne. Äh, aber schon cool, weiße Kassette hier. Ja, ihr habt ja gesehen, die sind, ähm, limitiert, nummeriert. Ich weiß gar nicht, auf wie, ich glaub auf 111, oder? Steht das da irgendwie, müssen wir mal gucken hier. Ja, ich möchte auch da stehen, wenn ich nicht mein Daumen. Ja, 111 jeweils, ja. Und Wicked Tapestry, ne, WT. Äh, Warship Tapes könnte man da auch, na, weil, WT06 und so. Ja, das, das, das finde ich jetzt nicht so gut, ne. Dass das sich überschneidet mit Warship Tapes. Ach, naja. Aber, ähm, richtig gute Aufmachung und so, richtig schön. Ja, 10 Euro die Kassette, ja, ne. Aber, naja, ist Toulouse halt, ne, musste ich halt. Ich musste ja haben. Ja, ich habe, ja, habe mich in der, wie. Hätten wir die Old Old Death. Ich glaub, da ist ein kleiner Fehler drin. Da, da springt irgendwie mal, also, dass man so kurz hört, so, oh. Da stimmt man mit dem Band nicht oder beim Überspielen ist da was schiefgegangen. Aber ansonsten, äh, voll gut. Also, richtig schön. Gute Qualität, ne, aus, äh, irgendwelchen Landen, die da bestehen. Aber auch sein werden, haben sollen, wollen. Und so weiter. Und so fort. Ja, schön aufgemacht hier. Jetzt habe ich die Nummer 71. Oh, 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 oh. Hell, die ist sehr cool. Die Old Old Death is sehr, sehr geil. Also, lasst euch vom Cover nicht abstrecken. Das ist eine sehr, sehr geile Platte. Nee. Ich habe auch letztens mal eine Doku gesehen auf YouTube. Die haben irgendwie eine Doku-Tool-Ooster. Irgendwie so 30 oder 40 Jahre Bandgeschichte. Tralala. Das war jetzt der Hauptgrund hier. Die Mysterios Dom da Satanas. Ich wollte das Ding irgendwie auf Kassette haben, ne. Mayhem. Vor allem auch, weil der Krempe, ne, mit seinem Channel da. Äh, Allgoi Doom. Ähm, wie nennt er sich? Warte mal, ich muss mal hier gucken. Da auch mit vier anderen Leuten, äh, besprochen hat, wie geil die Demisterium Dom Satanas ist. Ah, ich gucke mal gerade die Folge. Ähm, und zwar war das Extreme Metal Meeting. Ding Mayhem, Demisterios Dom Satanas, Allgoi Doom. Ja, sehr cool. So, jetzt muss ich das auch wieder wegmachen, sonst sehe ich gar nicht, was ich da hier präsentiere. Ja, natürlich, ähm, von Darkness Shall Rise die Kassette. Sehr cool aufgemacht. Gibt's nix dran zu motzen, ist sehr gut. Also, hier seht ihr ja, schön, ne. Texte schön gemacht hier, alles super gut. Ja, kann man nix sagen. Schön, schön Karton und so. Und die Kassette ist auch top, klingt geil. Da hab ich mir die Death Crush mitbestellt, weil die würde mir da noch fehlen. Die hab ich auch sonst auf keinem anderen Medium. Ich hatte mal die Mehrherren Box, die hab ich auch meiner Ex-Frau, äh, geschenkt. Da war die Death Crush drin. Ist auch nicht so ein Ding, was mir, ähm, sonderlich gut gefällt. Ist halt, ja, historisch kann man mal gucken, dass da, ja, ist halt schön, ne. Ja, ich fand's auch relativ teuer für die Spielzeit, ja, ist ja geil. Aber man hat sie dann, ne. Ja, amt so mag ich es, dieses Ding zu hören. Sagen wir es mal so, ne. Ja, ne, sieht doch cool aus, ne, ikonisches Cover hier. Müsste halt rosa sein, glaub ich, ne. Ne, das war ja Fehlbrechung irgendwie so. Cut of Hands and Exhibition, Mari, Mauritania. Nur eine Cover, aha, gut. Ja, ja, coole Songs drauf, ne. Death Crush, der Song ist cool, äh, und so weiter. Mit Messiah an den Mikros hier. Hoh, Borsum, die machen Werbung für Borsum. Böche, bö, bö, böse. Ja, so hat das früher ausgesehen, ne. Ist so Replika-mäßig irgendwie aufgemacht. Denk ich mal. Will ich jetzt mal behaupten. Merciless sagt mir auch nichts. Awakening? Sagt mir auch noch was. Hm, na ja. So, dann haben wir hier Death. Ja, da muss ich, also wie ich die, oh, scheiße, muss ich ja die ganze Diskographie jetzt von Death auf Kassette holen. Aber da hab ich dann hin und her überlegt. Ich hab sehr lange überlegt mit dieser Bestellung. Ähm, weil ich eigentlich gar keine Kassetten mehr haben wollte. Weil es ist halt, na ja, ne. Aber dann hab ich mir die ersten zwei von Death hab ich mir mitbestellt, weil die cool, die sind. Und, ne, und dann hab ich's auf Kassette. Egal. Ah, die Qualität. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. So vom Sound her. Ist, glaub ich, auch irgendwo ist ein Fehler auch drin. So wie bei der Old, Old Death. Dass da irgendwie sowas, hm. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Screenplay de Gore. Ich glaub, es war bei der Screenplay de Gore. Leprosy läuft, glaub ich, gut durch, ja. Aber so, ja. Ja, kam irgendwie nicht so das super knuffige Feeling. Oder was die Leprosy oder Fehler drauf war? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hört man das ja irgendwie beim Überspielen oder vom Band her irgendwie. Da es nicht so läuft. Ah, ich glaub, bei der Screenplay de Gore, die hab ich einmal eine Seite gehört, hab ich sie zurückgespult und dann lieb es, kann auch Sinn, dass da ein Tape Deck irgendwie, dass da komisch was geknuddelt war oder so. Ja, deswegen Tapes. Ah, das ist halt, die sind halt so anfällig und so. Und 10 Euro dann für so ein Tape, ja. Ja gut, die sind halt schön, ne. Also, die Dev-Dinge hab ich mir auch hauptsächlich wegen der Ästhetik holen, muss ich sagen, ne. Also, ja, ne, weil die halt cool aussehen. Hier hätten wir dann die erste Toulouse, soweit ich mich erinnern kann. Stimmt das? Es müsste die erste sein, die Pure Black Energy. Steht da Ngergy? Hat da Ngergy gestanden? Kann das sein? Hier ist wieder richtig, ne. Ngergy? Die ist cool. Da ist aber auch ein Demo mit dabei. Das ist nicht so cool. Aber das Erstwerk, das ist, oh, ist sehr, sehr göttlich. Geht mir saugut ab. Ngergy, Ngergy? Ah, ich glaube, auf dem Pub-Ding hat Ngergy gestanden, ne. Egal. Oh, 42 hier. Sinn des Lebens, geil. Porta Studio Recording. Das ist sehr, sehr geile Aufnahmen. Geht mir saugut ab. Also, das finde ich somit das beste Ding hier von Toulouse. Lohnt sich. Ja, wenn man auf diesem Black Metal Sound steht, diesen Toulouse, nur echt mit Rülps. Voll hier rausgehauen. Dann habe ich mir natürlich noch die Grand Declaration of War holen müssen. auch eins meiner Faith-Alben von Mayhem. Und hier ist das Problem, wenn, wenn die Musik aus ist, hört man irgendwas anderes noch. Also, kein Mayhem rückwärts, sondern irgendwie, da war, ja, als ob da irgendwie was anderes noch drauf gewesen war oder so. Also, das Ding habe ich auch mal bei einer Perverted Ceremony gehabt. Da war Hip-Hop drauf, wenn, kein Musik drauf. Da hat man so ganz leicht gehört, dass da so Hip-Hop irgendwie ist. Ich weiß nicht, wie das, woher das kommt. Ob da, ob auf den Bändern vorher irgendwas anderes drauf war oder so. Schade eigentlich, aber ansonsten ist die Kassette gut, aber, ja, stört ein bisschen, ne. Aber da war jetzt auch kein, äh, Darkness Shall Rise Release, ne. Muss man dann auch sagen. Das ist irgendeine andere Plattenfirma, hat man ja gesehen. Dann habe ich mir Necromantic Warship geholt. Das war so letztendlich das Ding, was mich dann dazu bewegt hat, doch zu bestellen bei Darkness Shall Rise. Weil, ich liebe den Sound von Necromantic Warship. Das ist halt so ein richtiger, uriger, geiler, okkulter, Black Metal Sound. So ein bisschen Mörnen aufs Katsbeth oder Perverted Ceremony, so, so, die Richtung. Ich liebe die einfach. Ich liebe das Spiel von den Gitarren, vom Bass und so. Der Sound ist auch sehr geil. Ich finde den sehr geil. Ich glaube, das Ding brauche ich auch noch auf CD, weil, das Ding ist, das ist, glaube ich, letztes Jahr, das ist, glaube ich, auch eine Compilation, kann das sein. Die haben hier so zwei Demos oder EPs oder irgend sowas rausgebracht, da war das irgendwie dabei. So, dann habe ich nach langem, langem überlegen, hat Wochen gedauert, habe ich mir dann doch mal hier die Frank Zeppa Re-Releases geholt und zwar hier von Grand Vazu und ne, Baker, ja, Baker. Grand Vazu ist jetzt nicht mein Faith Album von Frank Zeppa, also gehört nicht zu diesen Faith Alben, die ich dann immer aufzähle, wo ich dann sage, boah, die sind so geil, die muss man gehört haben, die sind so gut, aber es ist immer noch gut genug, dass man 30 Euro für eine Schallplatte ausgeben sollte. Er hat 30 Euro, ist ein stolzer Preis, aber glaubt mir eins, das hört man, die Dinger sind schweinegeil gepresst und ähm, der Sound ist Hammer, das ist richtig geile Bühne, richtig schön aufgetröselt und so macht Vinyl Spaß, also das ist, ne, also so, so ist Vinyl Hammer geil und das Material ist auch cool, ist aus der Zeit als, ähm, Frank Zeppa, ich glaube, der wurde beim Konzert irgendwie von der Bühne gestoßen, irgendwie war da was und hat sich, äh, da schwer verletzt, hat auch eine Zeit lang im Rollstuhl gesessen, seine Stimme klang ab da tiefer, ähm, die war, äh, ne, irgendwie wurde die verändert und in dieser Phase, in der er im Rollstuhl saß und nicht mehr so, ähm, gut da zu Fuß war und so, hat er diese beiden Alben da gemacht und die sind, die sind geil, also die sind richtig, richtig gut, obwohl mein Faith natürlich von diesen zwei, ähm, ne, nicht Hot Reds, sondern Vaker ja Vaker ist, da steht zwar Hot Reds drauf, aber naja, da war ich auch mal in Luxemburg in der Philharmonie, war ich da so ein Konzert gucken von, ähm, wie hieß denn das noch, Klangfabrik oder so, irgendwie aus Köln, so moderne Musik, da war unter anderem auch hier, ähm, ein Song von der Vaker ja Vaker dabei, Big Swift, ja genau, aber nicht in der Originalversion, sondern so ein bisschen verkürzt und so mit Bläsern und so, war schon sehr geil, also, das zu hören, hat mir sehr gut gefallen, würde ich auch gerne wieder gucken, aber so moderne Musik irgendwie ist, ne, moderne, ja, ernste Musik, Aufführung und so, ich, ich weiß nicht, wo, wo man da irgendwie dran kommt oder so, weil das auf Platte zu hören ist, wieder was anderes, als wenn man das dann live mal erlebt, ne, war zum Beispiel so ein Schlagzeug, der hat auf Granathülsen gesch... geschlagzeugert und das war geil, so, hier habt ihr jetzt gerade Leprous gesehen, ne, live, der Gute war leider ein bisschen angeschlagen, ich war auch angeschlagen an dem Abend und hab dann auch einen Krankenschein gehabt, was ziemlich nervig war, ähm, bin immer noch ein bisschen leicht angeschlagen, hab mittlerweile auch so, so, äh, ne, der Brustwirbel ausgelenkt, oder so, also so richtig nochmal volle Möhre Scheiße. Ah, naja, ich werde es überleben, hoffentlich. Ja, Leprous war ein Geil, ich, ist jetzt nicht eine Band, die ich so hören würde, aber live zu sehen, war das echt schon gut. Hier habe ich bei Purity Through Fire bestellt und zwar, ihr seht schon genau deswegen, Kräftisch Kümpfening. Alter, die Band, die, die hat mich voll bei den Eiern, das ist so, ja, also, für mich im Moment so die beste Black Metal Band, äh, was so aktuell läuft. Ich weiß jetzt nicht, welche Black Metal Band mich da mehr, äh, schlumpft, ne. Satanic Poltergeist, äh, cooles Album, aber hier gefällt mir der Bonus Track am besten, muss ich sagen. Das war glaube ich ein EP oder so. Ist alles 2020 rausgekommen, ne, muss man sich mal überlegen. Wir haben, also 2020 haben die SWAT Materia veröffentlicht, hier, Satanic Poltergeist. Gut, das Material wird wahrscheinlich schon älter sein, oder aus anderen Jahren, aber, ja. Dann die Malignant, bla bla bla, die ist auch 2020 veröffentlicht worden. Richtig geiles Zeug. Normalerweise nur bei irgendeinem so komischen, ne, ne, komischen, äh, Mail-Odern zu kriegen. Hier endlich mal bei PTF. Da hat man nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, dass man die, äh, ne, dann bestellt und so. Das ist ja dann eher dann so gräulich anstatt, äh, bräulich. Ich weiß nicht. Aber hier die McLean, äh, Melignant Morningstar. Auch ein sehr geiles Album. Einziges Manko. Ich finde, die ist zu lang. Ähm, am Anfang ist die cool, hat ein paar geile Momente. In der Mitte hängt sie bei mir so ein bisschen durch und am Schluss wird die wieder großartig. Aber es ist so, ich finde, das ist so ein Mittelalter, Surf, Gothic, Black Metal, der, ähm, göttlichsten Art. Also richtig geiles Album. Also muss man, also Wahnsinn. Ne, hier ist eine Werbung für Vampiric Tyrant. Keine Ahnung, noch nie gehört. Äh, hier noch so anderes Zeug, was es auf PTF gibt. Zed, geil, Zed. Da müsste ich eigentlich, ja, hätte ich das gewusst, auch egal. So, dann habe ich mir natürlich, die betröbelstens Herd auf Platte holen müssen, weil die ist mittlerweile fast gleich auf bei mir mit der Swat Materia, die ich über alles liebe, aber die ist auch geil, die betröbelstens Herd. Monster ist hier drauf, gut, äh, Doppel-LP, egal. Das Ding ist so gut. Ich habe das auch für nie haben müssen, weil, das ist mittlerweile einer meiner liebsten Black Metal Scheiben, muss man so sagen. Krifte sind echt, haben bei mir eingeschlagen, ohne Ende. Das ist eine geile Band, also Black Metal, ne? Ja, hier hat man auch gesehen, ne? Ja, komisch, ist halt komisch gepresst, also das Vinyl sieht nicht sehr gemastert aus, aber naja, man kann es hören, knüchstert halt. Am Zumodorum, ne? Ja, ist halt nicht beste Pressqualität, aber naja, geht halt. Ihr habt ja gesehen, Leproze wieder, ne? Wie das so ist. Am 3.3. Ein lang erwartetes Game, endlich gekommen, hier, Metroid Prime, Remastered, Lobes, Hymnen werden gesungen auf dieses Spiel. ich habe es gespielt auf dem Gamecube da war es mir jetzt so ein bisschen zu doof mit der Steuerung, aber ich habe es als erstes gespielt auf der Wii und ich habe es geliebt das war eines der ganz ganz wenigen Spiele wo ich es durchgespielt habe und gedacht habe, das muss ich jetzt nochmal anfangen, weil es so geil war sauatmosphärisch, saugut ähm, ne ähm, ja, ein Ego Erkundungsspiel mit ein bisschen shooten und so also ich liebe das Spiel gehört zu meinen liebsten Spielen aller Zeiten Metroid Prime, Remastered jetzt auf der Switch, soll saugeil sein soll sehr gut spielbar sein, ich habe es noch nicht angetestet werde ich vielleicht gleich nachher machen hehehe so, dann hätten wir hier ein Paket das kam aus Litauen Lituaner Litauen und sowas, ne habe ich mich mal hinreißen lassen auf Bandcampers zu bestellen und es kam an und es war cool ähm wie heißen die Band jetzt Calderum Kauderum Calderum ich habe es vergessen Calderum glaube ich heißt die Band ähm warum habe ich mir diese Platten bestellt weil ich so fasziniert war von diesem Cover da von diesem Lord Kram oder wie das Ding heißt und ich habe reingehört boah das ist irgendwie saukauzig aber es ist auch irgendwie ich liebe es irgendwie ähm ich würde die jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen die Band beziehungsweise die zwei Outputs aber es ist halt ein Sound der geht mir saugut ab ein bisschen kauzig teilweise sehr rasend aber man merkt sehr low-fi also ähm Produktion äh was war ich für eine Produktion also und äh mit ein bisschen Dungeon-Synth Fantasy mäßig Bogen und so äh es geht mir saugut ab muss ich sagen ich weiß nicht warum aber der hat irgendwie einen Nerv bei mir getroffen das war das erste Werk glaube ich soweit ich weiß das Debüt und jetzt das hier ist das neue Werk von 2023 und ich habe da einfach zugreifen müssen ist glaube ich limitiert auf 321 ne 321 Einheiten und ja war nicht ganz billig ich glaube für das ganze Package habe ich 60 Euro bezahlt oder so ähm inklusive ähm Versandkosten 16 Euro glaube ich waren das auch äh ja habe ich mir auch lange überlegt aber dann dachte ich komm greif zu weil es ist halt so Zeug weil ich äh es geht mir gut ab muss ich sagen ich muss noch ein paar Mal reinhören war auch sehr knistrig ich habe es mal gewaschen hoffe das hat was geholfen ne weil ja war sehr statisch aufgeladen hier ist ein Spiel ähm da wollte ich das Unboxing jetzt auch hier reinschneiden an die Stelle wo es eigentlich hingehört aber da habe ich gesehen das Paket ne von Amazon war schon geöffnet und da war ich ein bisschen verdutzt so hä das ist ja schon auf und und hab dann halt nicht drauf geachtet dass auch das Etikett mit der Adresse zu sehen ist und so deswegen habe ich das Unboxing dieses Spiels hier von Kirby habe ich nicht mit reingenommen sondern ich präsentiere euch einfach mal hier so äh wie das Ding aussieht und so ist ein sehr schönes Spiel habe ich äh ist auch ein Remake von beziehungsweise nein ein Remaster ein eine Aufhübschung eines alten Wii Spiels was ich auch sehr geliebt habe also ahhh der Verschipper schon wieder mit Rülps Return to Dreamland geil ich mag's ich äh schönes Spiel es sieht bei den Trailern und so ähm sieht es schlimmer aus als es wirklich ist ich finde es sieht sehr schön aus lässt sich gut spielen ich mag Kirby auf Konsole ähm ich mag die Spiele ist so ja und ne 24.3. habe ich das ne ist das gekommen und so weiter und so fort gut dann habt ihr jetzt hier mal so mehr aktuellere Sachen gehört ich hab noch welch ich hab noch Unboxings auf Halde aber da müsste ich dann wieder reinhören und so damit ich ähm da was drüber sagen kann von Warship Tapes habe ich noch eine richtig geile Mega Bestellung aber ich muss da wieder reinhören die Kassetten damit ich da irgendwas drüber erzählen kann deswegen habe ich das noch nicht gemacht aus dem letzten Jahr und so und ja da kommt noch einiges Zeug was älter ist und ja läuft kommt wird wird schon ne gut dann bis demnächst ne ähm äh was sag ich immer äh ja gut äh tschüss 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 tschüss